hallo ihr lieben herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem neuen video heute ist es mein video soweit ich stelle euch ein set vor und zwar stelle ich euch heute die 7050 vor ein lego set aus der reihe alien conquest genau hier haben wir einmal die anleitung ist mit eins der kleineren sets aber hier 21 bauabschnitte für das set ein paar schöne teile sind dabei wie minifiguren also hier der kopf zum beispiel das relativ standardmäßig von den teilen her genau hier sieht man was es in der reihe noch so gab vielleicht komme ich auch noch ein anderes set mal aber vorerst wird es das einzige set sein aus der reihe was ihr zu blicken bekommt genau jeder sieht jetzt einmal da gab es dieses riesenteil hier die figure ist auch ein bisschen teurer wenn ich das richtig in erinnerung habe ja genau dann kommen wir erstmal zu den figuren fangen wir hier mit dem guten quasi an mit diesem print da kann man bestimmt auch cool jurassic park world welch stadt rausbauen aus denen müsst ihr euch eigentlich mal ausprobieren die haben ja auch so einen schriftzug da steht halt was anderes drauf aber geht bestimmt auch ja schöne figur also vor allem der torso hier einmal der helm noch der kopf ja ist eine schöne figur dann haben wir als nächstes den alien typen also grün kopf ja die arme sind ganz cool in der farbe habe ich sie noch nicht gesehen kann man bestimmt auch mal für irgendwas gebrauchen mal schauen auch den kopf kann man bestimmt mal für star wars benutzen ja torso und beine finde ich jetzt nicht so den puller den puller kann man auch so andere die kann man ja auch so wie er ist in star wars mug stellen ja hier gefällt mir der kopf und die arme ganz cool was ganz witzig ist hier waren zettel dabei die sechs euro sind durchgestrichen worden hier steht vier euro das heißt ich habe für das set vier euro bezahlt ganz witzig auch zu wissen so an sich ich habe eher selten sowas dass ich das marka kann sein dass der auch mal in einem hall mit drin war der zettel und ich ihn dann einfach eingepackt habe ja ich weiß auch wieso ich glaube ich ein bisschen weniger gezahlt habe es haben einfach ein zwei teile gefehlt gehabt zum beispiel die hier glaube ich da habe ich ein bisschen runter gehandelt wenn ich mich richtig erinnere ich suche euch mal das whole video raus wo der drin war da könnt ihr hier oben in der ecke mal euch das whole video anschauen wenn ihr wollt ja relativ simpel gehalten bisschen leim bisschen grau roter hebel ja ist ganz nett für den alien sofort bewegung wenn ich das fahrzeug doch hier schon krasser an sich ist natürlich auch größer hier vorne noch mal einige sticker hier die sind auch ein bisschen schief könnte ich ja nochmal mit glück versuchen eine so eine pistole hat gefehlt gehabt ein interessanter buggy mit kennzeichen einerseits hat er hier die möglichkeit die teile zu verschießen ok hat jetzt nicht so gut geklappt zwei stück dann hat er hier oben einen drehenden turm womit er dann wahrscheinlich auch so die kleider hier einfach runterschießen kann wenn der jetzt so ankommt fährt er einfach so der kann das dann auch noch ausrichten und dann stürzt halt der kleider einfach ab denke ich mal wird die spielfunktion sein genau viel kann das teil wie ihr seht jetzt nicht die raketenteile hier kannst schießen auch nicht so gut aber es funktioniert wie ihr seht ja gut die finde ich jetzt erstmal nicht mehr wieder das teil dreht sich der fahrer hat hier auch so zwei hebel zum fahren ist ein schönes set jetzt kommen wir auch schon zu den zahlen daten und fakten genau das ist der alien conquester aus dem jahre 2011 das set hat 97 teile und zwei minifiguren ich hoffe euch hat das set gefallen schreibt mir doch mal in die kommentare was ihr mit dem set verbindet ob ihr es auch habt ob ihr es haben wollt ob ihr es cool findet ciao haut rein bis zum nächsten mal hier 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 Vielen Dank.